Musik Hallo ihr Lieben! Langsam neigt sich der Herbst dem Ende zu und der Dezember steht vor der Tür. Draußen ist es kälter geworden und es ist viel länger dunkel als im Sommer. Um etwas Licht in die dunkle Jahreszeit zu bringen, schmücken viele Bewohner ihre Fenster und Häuser mit Lichterketten, beleuchteten Rentieren, Weihnachtsmännern, Sternen und vieles mehr, die man beim abendlichen Spaziergang bestaunen kann. Mir wird immer ganz warm bei dem Anblick der geschmückten Häuser und es zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Bei vielen gehört neben der Krippe und aller möglichen Weihnachtsdeko ein Adventskranz, bei dem vier Wochen lang jeden Sonntag eine Kerze angezündet wird, genauso dazu wie der Adventskalender, der die Wartezeit bis Heiligabend versüßen soll. In den meisten Adventskalendern ist hinter den 24 Türchen ein Stück Schokolade versteckt. Aber was hältst du denn von einem Adventskalender, in dem ich dir 24 Tage lang jeden Tag eine neue Geschichte von Nils, dem kleinen Wichtel, erzähle? Mich würde es sehr freuen, wenn du Nils bei seinen kleinen Streichen, die er seiner Menschenfamilie spielt, begleiten würdest. Natürlich gibt es noch vieles anderes zu entdecken. Lass dich doch einfach überraschen. Manchmal bittet Nils die Kinder seiner Familie, Rätsel zu lösen oder kleinere Aufgaben zu erledigen. Vielleicht hast du ja Lust mitzuraten und mitzumachen. Ein Stift und ein Blatt Papier wäre dann hilfreich. Das kündige ich aber dann nochmal direkt am Anfang der entsprechenden Geschichte an. Falls mal ein Rätsel etwas zu schwierig ist, helfen dir deine Eltern, größeren Geschwister oder Großeltern bestimmt gerne bei den Lösungen. Ich hoffe, dass die liebevoll vorgelesenen kleinen Geschichten dir die Wartezeit bis zum Heiligabend ein wenig verkürzen. In erster Linie sind die Geschichten Kindern zwischen vier bis zehn Jahren gewidmet. Allerdings soll das Ältere und auch die Erwachsenen nicht davon abhalten, sich ebenfalls von den Geschichten verzaubern zu lassen. Viel Spaß beim Zuhören. Eure Kerstin